Aber es ist hier sautrocken, es hat den ganzen Winter nur 60 Millimeter geregnet, also ja, da kann man, da muss man halt bewassen. Bierdrehen und Rügel. Man muss eigentlich starten, ja, du kannst starten, oder? Ich bin glücklich, dass es Wasser hier ist. Ich bin glücklich, dass es Wasser hier ist. Ich bin glücklich, dass es Wasser hier ist. Guck, hier hat er entschieden, da ist nichts, aber dann habe ich hier bei dem geguckt. Ist schon vertrocknet, aber er ist noch ein bisschen grün an die Blätter. Und dann, wenn ich so gucke, da kann ich noch einfach da reingehen, da ist noch ein bisschen Leben. Also vielleicht sind wir gerade im guten Moment, aber es ist hier sautrocken. Es hat den ganzen Winter nur 60 Millimeter geregnet, also ja, da kann man, da muss man halt bewassen. Bierdrehen und Rügel. Es ist gut, um vier Steine drumherum zu machen, weil dann da verdampft es nicht, ist Isolation, also hier unter wird die Erde nicht so heiß. Weil über die 38 Grad funktionieren die Wurzeln nicht mehr. Und wenn man die dann so, wie ein Trichter macht, dann jeder Tautropfen wird dann in diese Richtung, wenn es Tau gibt, dirigiert. Und jetzt probieren wir den Stamm auch zu schützen für die Sonne, weil normal macht ein Baum das mit Blättern. Der ist jetzt vertrocknet, wir hoffen, der kommt zurück. Wir kommen hier noch zurück, um mehr zu bewassern. Und darum schützen wir dann auch noch den für die Sonne. Wie alt ist dieser Baum? Ja, wir warten jetzt, was machen wir bis hier. Dieses Jahr, wir machen bis hier. Ja. Ja, wir müssen hier ein bisschen abzuhören. Ja. Nein, 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 nein. Ja. Ja, nein, nein. Ja, 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 das ist hier. Was ist das? Binoculars, also, we need a cat.